Er wurde erneut wirksam von deutschen Flugzeugen bombardiert. Bei einem Luftgefecht wurde ein verlängten Bomber abgeschossen. Ein englischer Kreuzer, der Kälte... Ringer Alexander, genannt Alex. Er kommt aus dem Lager Mariendorf. Die Genossen brauchen den Kontakt. Das Französisch hat er in Spanien gelernt und vieles andere auch. Ui, ich verstehe. Die Flugschriften haben wir übersetzt, ihr könnt sie abholen. Frage in der Buchausgabe der Staatsbibliothek nach einer Hanna. Hier. Hier hast du eine Jahreslesekarte. Über Hanna bekommt ihr ständig das Material. Du sprichst Französisch? Ui, je parle. J'ai été à Paris. Jusqu'à 39, illégalement. Après la Spagne. Hm.